Ja, es ist Freitag, Freunde. Freitag ist aber auch Matuschewski-Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier diesen schönen, schnuckligen, kleinen Zweitkanal Robert-Götz-Matuschewski-Premiere. Highlight des Tages ist natürlich die Nachbetrachtung der Bürgermeisterinnen-Wahl gestern, Oberbürgermeister von Berlin. Kai Wegner ist es geworden, ja, Kai Wegner. Ein sehr eloquenter, gutaussehender, eleganter Politikerinnen. Und er ist direkt gleich nach dem ersten, nein, zweiten, ah ja, beim dritten Wahlgang gewählt worden. Allerdings, und das ist das Missliche und das ist für mich auch Anlass, hier ein kleines Video zu produzieren. Es hat sich herausgestellt, dass die AfD böse, diese Wahrheitsfanatiker und Ideologie-Leugner. Die AfD hat Kai Wegner in den Bürgermeisterinnen-Sessel gehievt. Ohne die Stimmen der AfD hätte es nicht geklappt. Die haben jetzt so gesagt, ja, wir sind ja eigentlich nicht für Herrn Wegner, aber wenn wir nicht gewählt hätten, dann wäre das Land Berlin nicht regierungsfähig gewesen. Die wenigsten wissen ja, Berlin ist ja nicht nur eine Stadt, ist ja auch ein Land, ja, Bundland. Ja, und jetzt hat sich gleich zu Recht, zu links, Schafsan Schemli zu Wort gemeldet, hat gesagt, das geht gar nicht, ja. Und auch Bodo Ramelow hat gesagt, das geht gar nicht, ja. Und ich bin auch der Meinung, also, wo ist Angela Merkel, wenn man sie braucht? Sie hat ja damals in Thüringen auch die demokratische Wahl von Herrn Kemmerich verhindert oder rückgängig gemacht, ja. Also verhindert nicht, aber rückgängig gemacht, direkt aus Südafrika. Aber jetzt ist misslicherweise die Angela Merkel-Doktor nicht mehr im Amt, in Dienst und Würden. Ist also auch nicht in Südafrika, also zumindest nicht amtlich. Kann das Ding nicht rückgängig machen. Und jetzt blicken eigentlich alle Augen auf Odal Scholl, ja. Herr Scholl, ich will ja nichts sagen, aber Herr Scholl, ich finde, ist Scholl eigentlich jetzt dringend geboten, einen kleinen Flug nach Südafrika zu nehmen und diese Wahl von Berlin rückgängig zu machen. Kann doch nicht sein, dass die AfD, die AfD, diese rechtsstaatlich auf dem rechten Weg befindlichen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner dafür sorgen, dass unser Kai Wegener hier Bürgermeister wird. Ja, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, ja. Und viele unserer Mitstreiter, Mitstreiterinnen, alle vom dritten Geschlecht möchten das auch nicht. Also wir werden das aber irgendwie anders regeln, ist misslich. Aber Gott und sei Dank gibt es jetzt eine Initiative, wirklich wahr, bundesweit, die fordert, dass die AfD verboten wird und dass die AfD, wird jetzt wörtlich gesagt, das ist eine faschistische Organisation, die AfD. Ja, es sind Faschisten, ja. Hat die Organisation gesagt, es geht unter anderem um Thüringen. Weil in Thüringen geht ja der Björn Höke, ja, der geht ja da als Chef von der AfD Richtung über 30 Prozent bei den Umfragen. Der liegt jetzt 6, 7, 8 Prozent vor den Linken. Das geht gar nicht. Und nächstes Jahr ist ja mal wieder Wahl in Thüringen und wir wollen die nicht wieder rückgängig machen müssen, ja. Das ist immer so aufwendig, ja. Wir möchten es nicht, ja. Also wir möchten schon dafür sorgen, dass zuvorderst die AfD verboten wird. Kleinen Schritt haben wir schon gemacht, äh, dass der Regierungsschutz, äh, der Verfassungsschutz hat die junge Alternative, also das sind jetzt ja die Kinderorganisationen von den NAZIs bei der AfD, die junge Alternative als rechtsextrem eingestuft und als Beobachtungsfall. Das gefällt mir schon mal sehr gut, ja. Also die junge Alternative wird schon mal beobachtet. Das schüttet auch ein bisschen ein, ja. Da kann man schön kontrollieren, observieren und überwachen. Und Böse-Sitzungen sagen, wir werden sowieso alle kontrolliert, observiert und überwacht. Also ob das nun offiziell ist oder inoffiziell. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Aber jetzt können wir bei der jungen Alternative schon mal ein Exempel statuieren. Ah. Und wenn wir die junge Alternative platt gemacht haben, dann machen wir auch die AfD platt, Freunde. Es läuft im besten Bund-Land aller Zeiten. In dem Land, wo Wahrheiten gerichtlich, Quatsch, Meinungen gerichtlich eingeklagt werden. Also wenn jemand eine falsche Meinung hat, gibt es eine gerichtliche Klage und dann muss er die Meinung zurückziehen. Ich meine, besser geht es doch gar nicht, oder, Freunde? Ja. Ich gratuliere dem lieben Kai, Kai Wegner, gratuliere, dass Sie jetzt endlich Bürgermeister sind. Sie werden jetzt linke, linkstaatliche und grüne Politik weiter fortführen. Mir gefällt das. Danke. Und Freunde, wenn ihr in Berlin lebt, unterstützt bitte den lieben Kai Wegner. Unterstützt ihn. Guter Mann. CDU, gut. Ja. Wahnsinn. Global Warming übrigens. Wärmster April seit 92 Jahren. Aber ein Wetterfrosch, ein schweizerischer Wettermoderator hat gesagt, ja, es ist sehr kalt. Aber das liegt nur daran, dass das kalt ist, dass Sie sich, liebe Zuschauer, an Global Warming gewöhnt haben und nicht wissen, wie das eigentlich immer schon war. Vor 50 Jahren war der April laut diesem Wetterfrosch auch schon so kalt. Also das ist nur Global Warming, dass wir es als kalt empfinden. Das kann so einfach sein, Freunde. Das kann so einfach sein. Das ist echt. Freunde, ich hab euch lieb. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Und ganz wichtig, solltet ihr gerade wegen dieser Nachrichten oder aus anderen Gründen krank sein oder gar im Krankenhaus. Ich sag das nicht bloß so dahin. Ich mein das ernst. Bitte werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch nämlich. Und wir halten zusammen. Wir bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Und mit Tatkraft mache ich jetzt YouTube ein Video und YouTube-Hauptkanal ein Video. Getter habe ich schon geliefert, Telegram habe ich schon geliefert, Facebook habe ich schon geliefert. Ja, dann ist Tatkraft, Freunde. Auf in den Tag. Wir sehen uns morgen in Magdeburg, wo unter anderem Professor Dr. Bagdi reden wird. Ich freue mich auf euch. Wenn ihr es nicht schafft, nach Magdeburg zu kommen, ich werde selbstverständlich Videos machen und auch live über Getter berichten. Hab euch lieb, der Robby. Und übrigens vielen Dank für euren Kommentar, euren Daumen hoch und danke an meine Unterstützer. Ihr macht meine Arbeit erst möglich. Danke.